Gender-Reveal-Partys sind zweifelsohne zu einem regelrechten Trend geworden, bei dem werdende Eltern und ihre Gäste gespannt darauf warten, das Geschlecht des ungeborenen Babys zu erfahren. Die Vorstellung, inmitten von Freunden und Familie die erwartungsvolle Spannung zu teilen, ist für viele Paare eine bewegende Erfahrung. Doch bei dem bekannten Let's Dance-Ehepaar Andrzej Zibis, 36, und Viktoria Kleinfelder Zibis, 35, schien die anstehende Baby-Verkündung zunächst wie eine dramatische Panne zu beginnen, bevor sich alles in einen unvergesslichen Moment verwandelte. Schon Ende Juli hatten die talentierten Profitänzer und Eheleute die Neuigkeit über ihre Schwangerschaft enthüllt. Aber nun stand die spannende Frage im Raum. Wird ihr Nachwuchs ein Junge oder ein Mädchen? Um diese Frage zu beantworten, hatten sich ihre Freunde eine ganz besondere Art der Enthüllung ausgedacht, die sie mit ihren Fans auf Instagram teilten. Ein beeindruckendes Torbogen-Arrangement aus blauen und rosafarbenen Luftballons diente als Bühne für die aufregende Enthüllung. Viktoria, die ihre Babykugel stolz unter einem farblich abgestimmten Kleid präsentierte, stand neben ihrem Ehemann Andrzej, und zwischen ihnen befand sich ein unscheinbares Gefäß, das auf seinen Einsatz wartete. Als die werdende Mutter eine durchsichtige Flüssigkeit hineinschüttete, begann plötzlich dichter Rauch aufzusteigen. Doch das Besondere an dieser Inszenierung war der Farbwechsel des Rauchs, zu Beginn war er weiß. Doch im Verlauf sollte er entweder rosa, für ein Mädchen, oder blau, für einen Jungen, werden und gehen Himmel aufsteigen. Die Spannung war greifbar, als der Rauch allmählich zu einem intensiven Blau wurde. Die zukünftigen Eltern waren überwältigt von ihren Emotionen. Viktoria hielt sich die Hände vor das Gesicht, während Andrzej vor Staunen den Mund weit aufmachte. Dann, im nächsten Moment, fielen sie einander glücklich in die Arme und besiegelten ihr Glück mit einem romantischen Kuss, begleitet von Beyoncé's Hit Halo, 42. Die beiden kommentierten den Gender-Reveal-Clip mit den Worten überwältigt und so aufgeregt und bedankten sich bei ihren Freunden für die gelungene Organisation. Die Kommentarspalte füllte sich rasch mit Glückwünschen, darunter auch von einigen Let's Dance-Kollegen. Jurorin Mozi Mabuse, 42, gratulierte mit den Worten Baby-Boy, und sogar Renata Lusin, 36. Die in der vorherigen Staffel der RTL-Show eine schmerzhafte Fehlgeburt erleiden musste, fand liebevolle Worte, um ihre Freude auszudrücken. Dieser besondere Moment wird zweifellos lange in der Erinnerung von Andrzej und Viktoria sowie ihren Freunden und Fans bleiben und ihre Reise in die Elternschaft auf eine herzliche und emotionale Weise beginnen. Gender-Reveal-Partys mögen zwar kontrovers diskutiert werden, aber für dieses Paar war es eine Erfahrung, die sie für immer schätzen werden. Gender-Reveal-Partys Vielen Dank.